Surah 52 At-Tur, der Berg, offenbart zu Mekka 49 Ayat Im Namen Allahs des Al-Abamas des Barmherzigen, bei dem Berg und bei dem Buche, das geschrieben ist, auf feinem ausgebreitetem Pergament und bei dem vielbesuchten Haus und bei der hochgehobenen Decke und beim brennenden Meer. Wahrlich, die Strafe deines Herrn trifft sicher ein. Niemand kann sie abwehren, am Tage, an dem der Himmel heftig schwankt und die Berge sich von der Stelle bewegen. Wehe also an jenem Tage den Leugnern, die mit eitler Rede ein Spiel treiben. Am Tage, wenn sie nach und nach in Jehennem gestoßen werden, wird gesprochen, Das ist das Feuer, das ihr zu leugnen pflegtet. Ist dies wohl ein Zauberwerk? Oder seht ihr es etwa nicht? Brennt darin! Und ob ihr euch geduldig oder ungeduldig erweist, es wird für euch gleich sein. Ihr werdet nur für das entlohnt, was ihr getan habt. Wahrlich, die Gottesfürchtigen sind in Gärten in einem Zustand der Wonne. Sie erfreuen sich der Gaben, die ihr Herr ihnen beschert hat. Und ihr Herr wird sie vor der Pein der Al-Jachim bewahren. Esst und trinkt und lasst es euch wohlbekommen, für das, was ihr getan habt. Gelehnt werden sie sein auf Ruhebetten in Reihen. Und wir werden sie mit Huris vermählen. Und diejenigen, die glauben, und diejenigen, die ihnen folgen, im Glauben von ihren Nachkommen, mit denen wollen wir ihren Nachkommen vereinen. Und wir werden ihnen ihre Werke nicht im Geringsten schmälern. Jeder Mann ist von dem abhängig, was er gewirkt hat. Und wir werden sie mit Früchten und Fleisch versorgen, wie sie es nur wünschen mögen. Dort werden sie nach einem Becher greifen, durch den man weder zu sinnlosem Gerede noch zu Sündhaftigkeit verleitet wird. Und sie werden von ihren Jünglingen bedient, als ob sie wohl verwahrte Perlen wären. Und sie wenden sich fragend einander. Und sie sagen, wahrlich, früher bei unseren Angehörigen waren wir ängstlich. Doch Allah ist uns gnädig gewesen und hat uns vor der Pein des sengenden Windes bewahrt. Wir pflegten vormals, zu ihm zu beten. Er ist der Gütige, der Barmherzige. So ermahne darum, du bist aufgrund der Gnade deines Herrn weder ein Wahrsager noch ein Besessener. Oder sagen sie etwa, er ist ein Dichter. Wir wollen das Unheil abwarten, das die Zeit über ihn bringen wird. Sprich, wartet nur. Ich bin mit euch bei den Wartenden. Ist es ihr Verstand, der ihnen solches anbefiehlt? Oder sind sie ein widerspenstiges Volk? Oder sagen sie etwa, er hat ihnen den Koran aus der Luft gegriffen. Nein, aber sie wollen es nicht glauben. Lass sie denn eine Verkündigung gleicher Art herbeibringen, wenn sie die Wahrheit sagen. Oder sind sie wohl durch nichts erschaffen worden? Oder sind sie gar selbst der Schöpfer? Oder schufen sie die Himmel und die Erde? Nein, aber sie haben keine Gewissheit. Oder gehören ihnen die Schätze deines Herrn? Oder sind sie die Herrschenden? Oder haben sie eine Leiter, auf der sie lauschen können? Dann möge ihr Lauscher einen deutlichen Beweis beibringen. Oder hat er wohl die Töchter und habt ihr die Söhne? Oder verlangst du einen Lohn von ihnen, sodass sie mit einer Schuldenlast beladen sind? Oder haben sie Kenntnis von dem Verborgenen, sodass sie es niederschreiben? Oder beabsichtigen sie, eine List anzuwenden? Die Ungläubigen sind es, die überlistet werden. Oder haben sie einen anderen Gott statt Allah? Hoch erhaben ist Allah über all das, was sie ihm beigesellen. Und würden sie ein Stück vom Himmel niederfallen sehen, würden sie sagen, das ist nur ein Haufen Wolken. So lass sie allein, bis sie ihrem Tag begegnen, an dem sie vom Blitzschlag getroffen werden, dem Tag, an dem ihnen ihre List nicht im Geringsten nützt. Noch wird ihnen geholfen werden, und für jene, die freveln, ist wahrlich noch eine Strafe außer dieser bestimmt, jedoch die meisten von ihnen wissen es nicht. So sei denn geduldig mit dem Befehl deines Herrn, denn du stehst unter unserer Aufsicht und lobe preise deinen Herrn, wenn du aufstehst, und preise ihn auch während eines Teils der Nacht und beim Weichen der Sterne. Befehl